Musik Begegnungen mit Gott können ganz unterschiedlich passieren. Das sieht man auch in der Bibel. Manchmal mitten im Alltag, manchmal mitten in einer Bedrohung und manchmal sogar im Traum. Der Prophet Daniel ist als Jugendlicher nach Babylon verschleppt worden. Als eine Art Staatsbeamter hat der jüdische Prophet dort mehreren Königen gedient, aber nie seinen Glauben an Gott aufgegeben, sondern Gottes Hilfe mehrfach erlebt. Als König Belsazar regiert hat, hatte Daniel mitten in der Nacht eine Vision. Er hat vier große und mächtige Tiere gesehen, die dem windgepeitschten Meer entstiegen sind. Diese Vision hat dem verschleppten jungen Mann gezeigt, dass nicht nur sein eigenes Volk, die Juden und sein Herkunftsland Israel in Gottes Hand stehen, sondern dass Gott die ganze Weltgeschichte im Blick hat, auch Babylon. Die vier Tiere stellen vier Weltreiche dar, die dem aufgepeitschten Völkermeer entsteigen. Wie die vier Tiere hatte jedes dieser Weltreiche auch seine Besonderheiten. Das erste war wie ein Löwe und es hatte Flügel wie ein Adler. Mit diesem Tier wird das babylonische Weltreich beschrieben, das sich schnell ausgebreitet hat. Diesem Tier werden aber die Flügel und auch das Tierhafte genommen. Es wird von der Erde aufgehoben und dann auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wird ihm ein menschliches Herz geschenkt. Das bedeutet, dass sich dieses Reich zum Guten verändert hat. Von einer menschenfeindlichen Bedrohung ist es sogar zu einer Schutzmacht für die Gottesfürchtigen geworden. Dem geflügelten Löwen, der zum Menschen wird, folgt ein einseitig aufgerichteter Bär mit drei blutigen Rippen im Maul. Viele sehen darin das Reich der Meder und das direkt darauf aufbauende Weltreich der Perser. Dieses Reich hat drei andere Reiche, das der Babylonier, das der Lydia und das der Ägypter in sich einverleiht. Nach diesem Tier kommt ein Panther mit vier Flügeln auf seinem Rücken. Der Panther hat zudem vier Köpfe und große Macht. Die Flügel stehen wieder für die Geschwindigkeit, mit der sich dieses Reich ausgebreitet hat. Und deshalb meinen viele, der geflügelte Panther stehe für das griechisch-mazedonische Weltreich von Alexander dem Großen und die vier Köpfe für die Königreiche seiner vier Generäle. Auch für die Ausbreitung der hellenistischen Kultur in der gesamten damaligen Welt. Und das vierte, noch grausamere und absolut unaufhaltsame Tier mit den großen eisernen Zähnen, das alles zertritt, ist damit auch das große römische Weltreich beschrieben. Wer nun wirklich mit den Tieren in dieser nächtlichen Vision gemeint ist, ist aber eigentlich nicht so wichtig. Viel bedeutender ist die damit verknüpfte Botschaft Gottes, dass die Macht aller Weltreiche und ihrer Herrscher und jedes Terrors begrenzt ist. Und vor allem die Macht der mörderischen und menschenverachtenden Regime, sie hört auf. Und ihre Herrscher werden einmal vor Gott zur Rechenschaft gezogen werden für ihre furchtbaren Dinge und mörderischen Taten. Die Vision des Propheten Daniel geht noch weiter. Am Ende stehen nicht die Weltreiche und Terrorregime. Ihre Macht hört auf, ihr Morden und Lästern wird aufhören, denn Gott wird ihnen ein Ende setzen. Daniel sieht nämlich, wie einer mit den Wolken des Himmels kommt. Also nicht mehr aus dem aufgewühlten und sturmgepeitschten Völkermeer, sondern direkt aus der himmlischen Welt Gottes. Und dieser eine, der Frieden und Gerechtigkeit mit sich bringt, der sieht aus wie ein Mensch. Und er wird Menschensohn genannt. Ihm wird von Gott dieses Friedensreich übergeben und er selbst wird als Gott bezeichnet. Heute deuten wir diese Vision von Daniel auf Jesus Christus hin. Er ist immer wieder als Menschensohn bezeichnet worden und hat sich auch selbst diesen Titel gegeben. Als Jesus auferstanden ist, hat er bei seiner Himmelfahrt darauf verwiesen, dass er mit den Wolken einmal für alle sichtbar wieder zurückkommen wird. Daniels Begegnung mit Gott hat also Bedeutung weit über seine Zeit hinaus erhalten. Und ich meine, auch für uns heute Bedeutung bekommen. Er ist ein ganz Land der 내용igen Friedensreich über den Heiligen P produção, und ein sehr, sehr viel später weiter. Und ich meine, auch für uns heute Bedeutung ist auch dass ich es üreträglich weiß, Runde, 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 Runde. Ich glaube, dass er jetzt meine Holly sohn ist und vielleicht in Zeitung, dass mine, auch für uns heute eine couleur bearbekордliche P לkolob privilíbete, Und ich weiß nicht, eres gut gut. Und ich will, ich hoffe so�� noch ver Surveyager, Und ich weť glaube, das für ein Team heißt erjud dependiert,